Servus beieinander, ich bin der Hausberater vom Eder in Matzing. Mein Name ist Vogel Matthias. Ich darf euch alle recht herzlich begrüßen zu meinem Frühjahrabend in Storfling. Ich hoffe, dass es euch gefällt und dass die Maschinen euch so weit ansprechen und ein sauberes Bild abliefern. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Untertitelung. BR 2018